So, und weiter geht's mit der neuen Runde auf Endless Life. Ich wurde gerade noch gebufft, also beziehungsweise ein bisschen vorher, und ich wurde in eine Gilde eingeladen. Deswegen haben wir gerade ein... Ne, Gilden Buffs gibt's gar keine. Ich würde sagen, deswegen ist es ein bisschen stärker. Aber ich glaube... Ne, Gilden Buffs gibt's keine. Okay, gut. Genau, also derjenige hat mir auch angeboten, eine eigene Gilde zu gründen. Dann habe ich aber gesagt, so, ja, ich bin erst, glaube ich, 25, habe eben noch nicht weitergespielt. Okay. Und genau, aber ich muss sagen, die Leute hier sind alle echt super, super, super nett. Also, es ist immer so ein bisschen... Ach, ich weiß nicht, ist schwer zu sagen. Ich meine, damit wird das bestimmt wieder ganz beliebt, aber... Du hast immer so verschiedene Communities auf verschiedenen Servern. Und es gibt so manche Communities, beziehungsweise, sagen wir mal so, auf manchen Servern ist es so, du hast immer so ein paar Gruppen, die sind einfach unfreundlich, toxik, so übertrieben kompetitiv. Was aber dann irgendwie auch überschlägt in... Ja, ich weiß nicht. Es ist oft irgendwie ganz komisch. Ich denke mal, die meisten... Ähm... Fleischspieler kennen das Ganze schon so ein bisschen. Und leider muss man sagen, ist es dann oft halt eben so, dass die deutsche Community leider sehr oft... Ähm... Ja... Die schlimmste ist. Ähm... Von denen sind eben dann sehr, sehr viele sehr toxic und... Ähm... Nicht so toll. Ähm... Hier ist es auf jeden Fall so, also... Ich wurde hier wirklich super nett empfangen. Also, auch in den Kommentaren haben ein paar Leute geschrieben und so. Äh... Ah ja, okay. Ähm... Und auch ansonsten hier Ingame und so. Also, oder per Discord. Also, ich muss echt sagen, das hat mich echt, äh... Krass, ähm... Ja, äh... Fasziniert irgendwie. Ähm... Dass die Spiele hier einfach alles nett sind und so zuvorkommend und... Also, finde ich echt... Finde ich echt ziemlich cool. Gefällt mir. Also... Habe ich bisher, glaube ich, so... Ich will nicht sagen, ich habe es noch nie erlebt. Das wäre, glaube ich, gelogen. Aber es ist einfach sehr oft so, dass halt, ähm... Ja, Community ist halt... Gerade so die deutschen Community ist halt leider sehr oft sehr toxic. Und... Also, hier ist es halt irgendwie echt super entspannt. Die Leute, also... Die helfen sich untereinander und so. Ähm... Ja, außer der Discord ist halt um einiges ruhiger irgendwie. Es ist halt nicht so... Ja, es ist immer so ein... Ich weiß nicht, so ein... Im europäischen Raum hast du im Discord immer so ein... Nicht immer, aber es ist ja oft so ein bisschen gegeneinander irgendwie. Was ich halt echt, ähm... Teilweise ein bisschen schade finde. Und... Ich glaube, ich brauche... Ich muss es nicht ausführen. Ähm... Ich glaube, so die meisten... Die meisten wissen, worauf ich anspiele. Ähm... Es gibt immer so ein, zwei... Krüppchen. Also, die gefühlt auf jedem Server sind. Ähm... Die halten immer so ultra, äh... Ja... Toxic sind oder so. Ultra-competitive und... Ich meine, competitive ist nicht mal schlecht oder so. Nur... Manche betreiben es einfach. Finde ich zumindest. Ja. Genau. Ähm... Thema Ping. Äh... Ich habe hier Anti-Lag benutzt. Ähm... Wollen wir geraten. Und ich habe den Ping von 300 auf 170 runterbekommen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Was für eine... Art von... Ich habe nicht mal eine Party. Oh mein Gott. Ähm... Was für eine Art von schwarze Magie, dass die hier nutzen. Also, nicht hier, sondern halt dieses Programm nutzt. Ähm... Wie auch immer. Das schafft, als... Programm auf dem PC den Ping zu halbieren. Keine Ahnung. Äh... Ist auf jeden Fall kostenlos. Und könnt ihr euch auch selbst downloaden. Ähm... Installation ist relativ straightforward. Ich kann auch einen Guide dazu machen, wenn ihr wollt. Äh... Partyfinder. Und... Ja, genau. Ich kriege für keine Party mit Skills. Uff. Okay. Gandalf the Crane. Na ja, gut. Okay. Dann eben ohne Skills. Ich muss mich auch ein bisschen dran gewöhnen. Denn... Es ist nun mal einfach so, dass halt... Ähm... Diese... Offi-Like-Server halt... Ähm... Ja, das sind halt... Also... Man hat halt nicht Punkte im Überfluss. Wie es halt eben sonst sehr oft der Fall ist. Ähm... Man muss halt schon echt ein bisschen... Ein bisschen schauen... Wann man die Punkte ausgibt. Wofür man die ausgibt. Und ob man halt sich einfach Dower Skills leisten kann. Ist einfach... Ist ja oft so, dass das einfach nicht der Fall ist. Ups. Ja... So. 28. Wenn wir Level 30 sind, dann können wir uns diesen Waster Skill leisten. Ähm... Ich mein, so... So... Als Allrounder ist halt so der Wasserskill dieser... Dieser Waterbill ist also der Beste einfach. Und... Genau. Mit den Waffs hab ich glaube ich schon erwähnt, oder? Ich glaub schon. Genau. Spür man auch ein bisschen. Ja. Ich muss nur sagen, wir haben gerade so ein bisschen ein Problem. Denn... Ohne Party Skills traut mir natürlich aktuell gar nichts. Also... Wir brauchen halt irgendeine Wand, irgendein Schild. Generell hat irgendwie so ein bisschen was. Ähm... Und ich weiß nicht, wie wir da gerade eben dazu drankommen. Ohne... Ohne allem. Keine Ahnung. Also... Wird ein bisschen schwierig. Aber ich kann sagen, dass Skills casten ist so einiges angenehmer. Und... Ähm... Und nicht recht froh eigentlich. So. Gleich Level 30. Oh, Ringmaß ist schon. Ups. Loll. Level 23. Okay. Geh, ich bin hier mal auf All End. Naja. Wird schon passen. Ich hab nicht mal einen Stick für den. Lol. Okay. Level 30 gereicht. Nice. Live on Facebook. Okay. Das ist krass. Irgendwel. Relevant für die meisten Server leider. Da gab's irgendwie auch gar nicht mal so diese... Diese... Wie soll man jetzt noch sagen? Ähm... Die ganze... Die ganze Online-Kultur gab's da irgendwie so gar nicht. Also... Es ist ein bisschen schade so. Ähm... Denn ich find's einfach schon... Ähm... Auf manchen Servern... Wenn man sicher wirklich auch viel Arbeit macht für die Videos. Oder halt eben sehr aktiv ist. Vielleicht sogar Guides macht und so weiter. Ähm... Ich find's einfach dann schön, wenn es halt irgendwie so ein bisschen... Ähm... Gewertschätzt wird. Leider ist es sehr, sehr lange so gewesen. Leider ist es auch immer noch so in... Na... In großen Teilen. Ähm... Dass es nicht der Fall ist irgendwie. Dass es halt wirklich so was... Es ist schade, es einfach. So. Genau. Ich will jetzt mal hinter zu diesen anderen Viechern... Warte mal. Der Ringmaster hat er jetzt auch. Oh. Ich noob. Mein Gott, ey. Ah, okay. Spielzahlen 649... Matrikal-Bonus... 125% DxP... 40% Drop-Rate. Okay. Also ich weiß natürlich nicht. Vielleicht ist es halt auch einfach so, dass... Äh... Die Partyskills gar nicht mehr so viel bringen. Zumindest nicht in Relation... Ähm... Hierzu. Denn 40% Drop ist natürlich schon einiges. Natürlich ist es wahrscheinlich darauf gebalanced worden. Ähm... Aber... Die... Was bringt Fortune Circle? Ich... Oh Gott. Ich weiß es gar nicht. 25% oder so. Oder 50%? Ist natürlich nicht mehr so krass, wenn man hier schon 40% Bonus hat. Und... Ja. Da muss man sich eben dann... Das weiß ich nicht. Ob das dann... Noch so krass ist oder... Oder nicht. Keine Ahnung. Können nicht beurteilen. Was mir so ein bisschen beundrückt ist, einfach so die Drops halt generell. Die sind echt... Also die Drop-Rate ist aber jetzt 20-fach. Also alle Rates sind immer 20-fach. Und normalerweise, würde man so sagen, so... Wir verwirten... Oh, man braucht kein... Ah! Okay, das ist geil. Ähm... Man braucht kein... Man braucht kein Scroller dafür. Oder? Ah, doch braucht man schon. Oder? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hä? Eins, zwei, drei... Eins... Okay, man braucht auch eine Scroller dafür, glaube ich. Na, okay, schade. Ähm... Na gut. Auf jeden Fall... Ähm... Wo war ich gerade schon? Ähm... Hängengeblieben? Soll ich mal mit den Faden verloren? Ich war jetzt gerade so drauf fokussiert. Ah ja, genau, wegen Drops und so. Ähm... Ich glaube, wir sind ein bisschen verwöhnt, denn... Die meisten... Die meisten Flyp-Server, die sind... Ähm... Ja, die sagen halt so 20er-Rates und in Wirklichkeit sind es halt einfach so 50er-Rates oder so. Also was wir halt in Europa irgendwie so an Low-Rate-Servern haben... Da würde wahrscheinlich gar keiner mehr drauf spielen. Das ist halt tatsächlich das Low-Rate eigentlich. Und auch von den Penier her, 280 Penier. Ja, ich meine, welchen Server kennen wir aktuell noch so im deutschen oder europäischen Raum? Ähm... Und irgendwie 200 Penier oder so drauf. Hat effektiv nirgendwo eigentlich. Und... Ja, das ist halt eigentlich so das, wo man... Glaube ich sagen muss, okay, wahrscheinlich... Wahrscheinlich sind wir halt einfach wirklich nur verwöhnt. Weil ich dazu sagen muss, ich meine, 10k Penier bisher... Ist schon ein bisschen... Ist ein bisschen mau. Also... Bin ich mal gespannt, ähm... Ob ich damit leben kann. Uh, Quest-Item. Na ja, jetzt schauen wir einfach mal. Chocolate Bar. Mhm. Not enough MP. Ah ja, level up, okay. Genau, das Problem ist natürlich dann eventuell, dass wir uns umschauen müssen, wo wir dann Refresher herkriegen. Denn mit den aktuellen Penier-Drops, glaube ich, wird das echt schwierig. Also... Okay, hier sind... Oh, oh, oh. Okay. 592 Attack. Gehen wir jetzt auf... 695... Okay, das ist nett. Ey, was für ein Glück ist das denn einfach? Lol. Das ist einfach... Wir haben einfach die Wand getroppt, die wir halt einfach sogar brauchen. Das ist cool. Das ist echt cool. Okay, ähm... Genau, ich wollte gerade sagen, halt durch Waffentrops und so weiter... Ja, jetzt kommen die auf einmal. Das ist halt so gefühlt das Einzige, wo ich gerade mal noch so sehe, wo man halt sagen kann, okay, da kann man Geld verdienen, vielleicht über Asria und so. Ähm... Das wäre halt echt eine Möglichkeit. Dass man da eben dann drüber das Geld verdient und halt sich dann die Sachen leisten kann. Natürlich jetzt ohne Party-Skills und so ist es natürlich jetzt ein bisschen... Ein bisschen schwer vorherzusagen. Jetzt... Warte mal, hier gibt es das Ding. Jetzt gehen wir hier kurz raus. Einmal. Zweimal. Noch mal einen Bogen getroppt. Lol, jetzt kommen Dinger. So. Zirki. Wie auch immer der Typ heißt. Okay. Eine Stunde Link. Okay. Okay, lol. Ja, also jetzt... Okay, das ist natürlich jetzt angenehmer. Two-Hit ist natürlich jetzt sehr geil. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen hier bleiben. Wobei, macht das Sinn? Ich werde übrigens absichtlich die 33er, beziehungsweise diese Zwischendinge mit Range-Attacks. Denn im Fly-XP-Table ist es so, dass die Dinge mit Range-Attacks, beziehungsweise diese mittleren Viecher immer, die geben mehr XP. Sind dafür aber entweder stärker oder haben eben Range-Attacks. Das heißt, es sind eigentlich extra für da für Range-Klassen. Und, ja. Kriegen wir jetzt Fortune-Circle? Bitte? Wir werden es gleich rausfinden. So, ab aufs Board. So. Board. Dieses Tiger-Board. Ich verwechsel das einfach immer mit irgendeinem Item. Okay, 92 End. Ah, shit. Wuffs sind aus. Ringmaster hat noch keine Wand. Okay, dann fliegen wir kurz zurück. Hier hin. Richtung Pumketown. Und holen sie immer schnell Wuffs. Genau. Ah, shit. Nein. Die Flugverbotszone. Ich muss sagen, wir leveln echt ganz gut irgendwie. Also, jetzt 35 schon für die Rates aktuell. Und, ähm. Also, wenn man halt eben jetzt so bedenkt, wir haben jetzt, wie gesagt, halt Rates, die weit unter denen sind, die wir jetzt eben gerade so kennen. Und, ja. Geht eigentlich. So. Da hinten sind unsere Buffs. Oh, meine Wasserkühlung geht an. Nice. Ich weiß nicht, warum. Aber in meinem Zimmer ist es immer so schnell warm. Also, ich habe normalerweise... Also, was heißt normalerweise? Ist ja ein bisschen schwer, irgendwie jetzt in Relation zu setzen. Ähm. Warte mal, wisst ihr was? Ich hole mit dem Ringmaster schnell einen Stick. Beziehungsweise, geh mal direkt, äh. Kurz um die Town. Ich verkaufe kurz. Und, ja, genau. Auf jeden Fall, mein Zimmer ist immer so schnell warm. Ich habe normalerweise halt so um die, ja, 18, 19 Grad in meinem Zimmer. Ja, 19, 19 Grad. Das ist für mich so echt die Wohlfühltemperatur. Und, nice. Ähm. Und alles, alles drunter ist echt dann schon immer sehr, sehr kalt, sehr unangenehm. Ähm, nee, alles drüber mache ich dann. Also, so 20 Grad ist halt auch noch okay. Es ist halt... Passt halt. Es ist halt okay. Ähm. 20, 5, 21 finde ich dann schon... Dann wird es irgendwie echt zu wieder unangenehm. Ich weiß nicht, warum, aber... Ich hasse Wärme einfach. Und... Ja, ich mag es nicht. Ich bin kein Freund davon. Ich kann es einfach nicht ab, irgendwie. Keine Ahnung, warum. Aber, ja. Ja, und jetzt gerade eben schon wieder so... Ähm, ich merke es halt eben auch so an der Wasserkühlung. Also, ich hatte quasi einen Zero-RPM-Modus. Und... Jetzt geht ihr halt schon wieder an. Einfach, weil es hier im Zimmer wieder... Ja, 21, 1 habe ich momentan. Und vorher auch schon 21, 5 oder 21, 6. Ist halt echt nicht geil, irgendwie. Hast du auch irgendwas gemacht, ne Buffs? Moment. Was positiv ist, dass der erste Skill vom Ringmaster dieser... Äh... Äh... Int-Buff ist. Hier Mental... Äh... Mental Sign. Genau den. Den haben wir direkt erstmal auf den Max hier mal setzen. Genau. Heap Up. Ähm... Hm. Ja, Heap Up ist eigentlich so der Nächste, den wir brauchen. Können wir noch einen auf den Max setzen? Patience vielleicht? Oh, ich weiß es gerade nicht genau. Ich meine, also jetzt für unseren... Für unsere Zwecke... Was brauchen wir denn eigentlich? Ich überlege gerade. HP und Int. Blockgrad ist natürlich nice to have, aber jetzt auch nicht so nötig. Aber ansonsten... Hm. Ich meine, ich skilmele mal, dass es nie Patience. Ich weiß es eigentlich ein nutzloser Skill ist, aber... Aktuell... Ich meine, wir könnten auf Quickstep gehen, aber es bringt uns halt schon Quickstep. Es hat irgendwie auch eher so... Oder? Nee, komm, ich skil... Oder? Ach Gott. Nee, ich skil Quickstep. Laufgeschwindigkeit ist ja auch irgendwie... Ich weiß nicht. Eine Art oder eine Form von... Mehr Läufergeschwindigkeit. Oh Gott, eine 8 Minuten. Oh, ho, ho. Okay. So, let's go. Okay. Gar nicht so schlecht. Der Schaden ist echt geil eigentlich. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass wir ein bisschen mehr troppen, weil wir brauchen unbedingt das Geld. Ohne die Penia haben wir nämlich echt Probleme. Okay, mein Level hat echt sehr schnell irgendwie. Wir könnten... Ich weiß nicht, so mal in irgendein... Oh, eine Flurry Suit. Ernsthaft? Wow, okay. Kann man sich die Set-Effekte anzeigen lassen? Ah, diese Caps sind echt ein bisschen nervig. Stats... Stats... Upgrade Piercing... Link der Item... Okay, nee, man kann sich nichts anzeigen lassen. Gut, dann ist einfach eine Überraschung. Aber interessant. Also, wir machen schon... Also, wir kriegen schon irgendwie Sachen teilweise. Ich wollte gerade sagen, vielleicht gibt es einfach nur die... Die... Die raren Sachen und eben nicht diese ganzen Trash-Items. Aber wir haben ja gerade auch diesen Green Ball getraubt und so weiter. Das heißt, das kann auch nicht der Fall sein. Weil es ist halt schon krass. Ich meine, eine Flurry Suit zu troppen ist halt... Schon gut irgendwie. Also schon unerwartet gut. Ähm... Und dann eben dieser Wand hier. Level 15, dieser Rache. Also dieser... Ich glaube, es ist kein Green. Das ist ein... Brown... Brown Item oder so. Irgendwie so. Also eine Vorstufe zu Greens. Und... Ja. Oh. So, 113 End. Aber ja, der Schaden, der ist echt sehr zufriedenstellend. Der Eigenmaß levelt aber auch wie verrückt. Das geht halt echt gut voran. Mhm. Ich überlege gerade, was jetzt nächstes dann skillen wird. Boah, ich weiß es halt echt nicht. Ich meine, wir haben halt... Ich weiß nicht. So etwas wie Cats Reflex-Skillen oder so. Ist halt ein bisschen... Ist halt ein bisschen unnötig im Prinzip. Oder ist es unnötig? Ich kann... Ich weiß es halt nicht. Ich meine... Blockgrade im... So ein bisschen später ist natürlich schon geil. Aber halt vielleicht... Ich glaube erst mal lieber Flat-Out-HP, oder? Ich glaube schon. Ja. So. Wir müssen gehen zuerst Patience durch. Let's go. Ich bin mal gespannt, ob und wann ich das Ganze bereue. Ich werde es bestimmt bereuen. Safe. Aber... Mal schauen, wann. Genau, mit Dungeons, wie gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht genau, wann und wo wir da die ersten Farmen. Sekunde. Mal kurz ein bisschen healen. Okay. Das healt stark. Brauche ich gar nicht mehr unbedingt troaten. Level 41 schon. Wow. Okay. Also wir leveln echt... Also der Levelfortschritt ist wirklich sehr gut. Ich weiß ja gerade nur nicht genau, wo es und wie es denn weitergeht. Das ist halt noch so ein bisschen die Sorge, die ich gerade aktuell habe. Tja, hm. So, mal kurz durchwaffen. Okay, Patience ist also ein bisschen was gebracht. Oh Gott, 100 HP. Oh, shit. Das war echt die falsche Entscheidung, glaube ich. Ja, ich waste Skill-Punkte. Naja, müssen wir mal schauen. Ringmaster 37 mittlerweile. Ja, ich glaube ich skill... Oh, Cutting Axe, okay. Ähm, ne. Curling Axe. Curling Axe. Ähm, ich skill glaube ich als nächstes doch Richtung Cat's Reflex. Das doch macht mir Sinn. Ach ja, gut, wir können... Ja, gicken, klar, klar, gicken. Wie komme ich jetzt... Ich bin schon Gedanken bei Dungeons, aber wir müssen erst mal gicken. Genau, klar. Ja, ja. Ich bin verpeilt. Genau, ja, Gigs. Wir könnten... Wir könnten auch jetzt schon gicken eigentlich, oder? Hm. Welche GIG kommt denn gerade generell in Frage? Dreiunddreißig... Ja, vielleicht... Giant Rock Muscle vielleicht. Wobei, glaube ich, die MP ein bisschen ein Problem werden. Kann es sein, dass das gerade eine dumme Entscheidung ist. Wir probieren es einfach mal kurz. Wenn wir die Sichtweite erhöhen. Ganz interessant. So, da ist das Ding. Ich bin mal gespannt, ob wir das Ganze jetzt irgendwie überleben. Irgendwas sagt mir gerade, dass wir es... Oh Gott, 10 Millionen HP. Oh Gott. Oh, Leute, die sind irgendwie stärker. Die sind hier viel stärker. Warum sind die so stark? Warum hat das Skills? Warum hat der so viel AP? Wie hat das Ding AP? 6,000... Wow, ja, okay. Ja, aber keine Chance. Null Chance. Null Chance. Keine Chance. Keine Chance. Okay, das ist schade. Das ist echt schade, irgendwie. Lass mich mal ganz kurz schnell nachschauen. Fly, Frog, Muscle. Ich glaube, normalerweise hat er um einiges weniger HP. Wo haben wir das? Hier. Da ist es den genau. 113k AP hat er normalerweise nur um keine 10 Millionen. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum hat er so viel? Na ja. Gut, okay. In dem Sinn, ich bin erst mit der Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.